Was ist? Lara, äh... Was? Nichts kaputt machen, hat Abby gesagt. Ich mach nichts kaputt. Ich restauriere das Original. Das wollte wohl jemand verstecken. Die Zwillinge werden wieder vereint. Bevor sie dem Pfad der Lebenden folgen. Das wurde manipuliert. Genau wie das Ding in Mexiko. Das muss ein Hinweis auf den Tempel des Lebens sein. Geh, ich warte hier. Vielleicht finde ich noch mehr. Klingt gut. Ich bin lustig. Ich begrüße euch damit ganz, ganz herzlich zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Wir sind hier am Markt angekommen. Am Fischmarkt, würde ich behaupten. Hier vorne wohnt uns auch nochmal ein Markt. Der direkt zur anderen Seite ist der Händler. Markiert den. Schauen wir uns auch gleich nochmal genauer an. Merkt auf jeden Fall, hier geht es schon ein bisschen mehr zu. Wir können auch mit vielen Leuten reden. Werde ich das aber erstmal nicht machen, ja? Weil, wie ich schon gesagt habe, wir gehen erstmal Hauptsorien an. Schauen wir mal mit Händen da vorbei. Tausche Ressourcen und andere Waffen. Oder Waren, sorry. Ob uns was gefällt. Du bietest uns Waffen an, du bietest uns wie viel Goldspinzen haben wir unten 4.000, okay. Ähm. Pistolenvisier. Pistolenenschalter im Verfindlich ja ziemlich gut. Würd ich auch kaufen. Ausgezeichnete Wahl. Pistolenmunitionsbeutel. Gewerbmunitionsbeutel. Ähm. Räschlose Pfeile. Standardpfeiler, die lautlos... So, okay. Pistolenmunition. In sich Munition zu kaufen. Lohnt sich ja nicht, wirklich. Oh. Das ist natürlich geil. Dafür Ausgelt auszugeben. Ich weiß nicht, ob das sich lohnt. 1.500. Ja, ich würde schon mal machen. Schwarzpulver kann man auch mal ein bisschen. Ausgezeichnete Wahl. Ja, ich glaube, das lohnt sich schon. Damit können wir halt dann Sachen wieder upgraden. Wenn du willst, ich bin hier. Alles klar, ja. Wenn wir nichts im Camp werden, wir das dann direkt nutzen. Jonah, hier sind Inka-Ruinen. Aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist älter. Ja. Abby hat sich erinnert, wo sie das Symbol sah. Es ist irgendwo im Tempel. Sehr gut. Sag ihr danke von mir. Ich bin hier. Es ist genug Dank, wenn du nichts kap... Ah, ganz gut. Pfeilgift. Er wird aus Wandspinnen gewonnen und herstellt von Synergien-Furchtpfeilen verwendet. Ah, das ist geil. Ich bin gleich da, Lara. Okay, mehr Pfeile können wir nicht mit herstellen. Aber wir schauen uns das genau nochmal an. Um das Schauen, der auch gleich kommt, ist auch super. Äh, wir können mit den Herren sprechen. Wollen wir das? Nein, wollen wir erstmal nicht. Wir wollen reingehen. X-Chel und Chuck-Chel. Die Zwillinge werden wieder vereint. Was ist? Lara, äh... Was? Nichts kaputt machen, hat Abby gesagt. Ich mach nichts kaputt. Ich restauriere das Original. Das wollte wohl jemand verstecken. Die Zwillinge werden wieder vereint. Bevor sie dem Pfad der Lebenden folgen. Das wurde manipuliert. Genau wie das Ding in Mexiko. Das muss ein Hinweis auf den Tempel des Lebens sein. Geh, ich warte hier. Vielleicht find ich noch mehr. Klingt gut. Die Zwillinge. Leben und Tod. Jonah, ich hab den Tempel gefunden. Toll. Verdammt. Trinity ist schon da. Und sie sprengen sich den Weg frei. Ich versuche, ihnen zu folgen. Und das ist ja das Geile, auch der Unterschied zwischen Trinity und Lara. Lara versucht zügig zu der Reihenwässer auf den Weg zu gehen. Trinity. Durch. Gold. Geld. Was er immer alles bringt. Alles drum und dran. Oder Weltherrschaft. Und das ist das Einzige, was sie interessiert. Ähm, drücken sie die Lette um zu sprinten. Dann drücken sie sie um einzutauchen. Ah, die Papier muss ich auf die Rechte hervorzuheben. Jo, machen wir doch mal. Sogar keine, ähm, Ausdaueranzeige, ne? Aber das haben sie, finde ich, auch ziemlich gut gemacht. Die haben eigentlich die Anzeige komplett reduziert. Ähm, nur auf das Nötige, was man wirklich braucht. Das wird dann immer nur eigentlich kurz eingeblendet. Das ist echt schön, muss ich schon sagen. Dadurch ist halt das Bild, kommt Cinematiker-mäßiger rüber, oder filmmäßiger rüber auch. Hat schon was. So. Ich glaube, wir haben alles soweit auch. Was wir, aber einerseits dachte ich, vielleicht nicht versch- Aus dem Post. Statusbericht. Operation Einsamer Wolf läuft. Trucks unterwegs. Warum auf einmal so hektisch? Dr. Dominguez ist hier in Peru. Ist das Grund genug für dich? Ja, Commander. Tut mir leid, Sir. Ja, und dann haben wir den Funk von denen nochmal abgehört. Und... Ich bin mir gar nicht sicher, ob man sagt, okay, dass man das... Ähm, dass es... Ich bin eher der Meinung, dass man es eher versteckt hat einfach. Und vor Anblicken, wie es dann wieder hier sein sollte auch, ne? Dass es manipuliert ist und einfach versteckt. Das ist, ob man soll ja nicht wahrscheinlich jeder finden über das Ganze. Aber das ist Leerfolg gemeint, dass man manipuliert ist. Ja, indirekt ist ja manipuliert, aber... Ich bin eigentlich zur Meinung ungefähr. Aber scheinbar geht es hier nicht lang. Ich muss hier scheinbar euch auf die Brücke hoch. Ah, gut. Können wir machen. Wir nehmen doch schnell die Pflanze einmal mit. Das schaut auch an, wenn wir eine Pflanze nicht mehr einsammeln können. Dann klären wir doch mal einmal hier hoch. Oder bin ich jetzt echt blöd? Ich bin wahrscheinlich unten durchtauchen müssen. Das habe ich gar nicht schon immer richtig gesehen irgendwie. Aber egal, wir sind ja schnell. Ja, ganz genau. Wir können hier durchtauchen. Die Drohnen waren unerwartet schwer und scharf. Aber das Boot ist okay. Gut, dass du da bist. Wir haben ein Problem. Der Generator schon wieder? Bin dabei. Tauen wir doch mal unten lang. Wir sollen unter Wasser suchen? Wir sollen überall suchen. Offensichtlich haben wir die ganze Zeit was übersehen. Okay. Wollen wir uns dann jetzt eine Tauchautrüstung oder so? Besser. Einige unter Wasser drun. Das ging schnell. Ziehen wir den bei uns rein. Ich bin ja auch so, dass so ein Mensch, der lautlos vorgeht. Und, der hat schon was. Hat er was bemerkt. Aua, 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 aua. Die werfen jetzt Sprengstoffen an mir, oder was? Oder halt irgendwie Granaten, oder... Das ist toll. Aber die sehen nicht mehr, wo ich bin, ne? Da tauchen wir doch mal. Können wir ihn vor... Wir können ja, glaube ich, getaucht bleiben und ihn reinziehen, oder? Ja, seite. Sehr schön. So muss es sein. Wir bleiben trotzdem Stealth unterwegs. Wir gehen nicht in die... Wir bleiben immer noch in der Defensive. Und holen uns die Jungs. Ein nach dem anderen. Da muss ich schon nach uns suchen. Richtig geil. Aber wir sollen hier verschwinden. Hier ist dementsprechend... voll. Ich glaube, das ist Sauerstoff oder bitte, ne? Ich glaube, wir haben damit aber auch so weit. Alle. Was ist das denn da oben? Okay, wir müssen jetzt aber zu dem hoch irgendwie. Wir können einen Bogen auspacken und ich glaube, einen Bogen erwischen. Das soll ja nicht das Problem eigentlich sein. Aber wir müssen da hoch. Abtauchen. Wir können sie reinziehen. Ich habe mich schon euch schon ganz gut mal gegönnt, ne? Also, okay, es gibt halt schöne P. Es gibt ja schon viele P. Will ich behaupten. So, damit haben wir auch alles. Und können damit etwas vorrücken. Fehler nehmen wir mit. Öl nehmen wir mit. Wir brennen beim Material. Endzeit. Gottes Versprechen gegenüber Noah. Er würde diese Welt nie wieder zerstören. Kann so gedeutet werden, dass er der Meinung war, die Menschen hätten ihre Lektion gelernt. Aber haben wir das? Eine andere... Keine Ahnung. Äh, ich würde so gesagt nicht drauf. So, wenn ihr das lesen wollt, könnt ihr das gerne tun. Ich würde gerne mit der Hauptsache schnellstmöglich vorankommen. Das wäre schön. Wir schrücken das Ganze mal. Ja, hier ist eine Trinity-Basis. Hey, Jonah, ich... Was ist hier passiert? Ich sagte, nichts kaputt machen. Äh, Abby, ich kann's erklären. Ich meld mich wieder, Lara. Mach bloß keinen Blödsinn. So, ja, wir können da jetzt mal weiter vorrücken. Wir schrücken uns mal in einem Camp um und dementsprechend uns natürlich auch unsere Ressourcen zu lassen. Und direkt einen Abzug weiterzumachen. Wenn sie hier sind, dann sind sie vor uns. Das heißt aber, ich bin auf der richtigen Spur. Wenn Dominguez recht hat, muss ich vor ihm bei der Schatulle sein. Damit haben wir erstmal richtig gut, ähm... Vorne ein paar andere Sachen. Und da weiter voran... Irgendwann hat echt die ausgestattet gehabt. Ich will da mal eine alte haben. So, man schaltern wir so normal schon drauf. Ja, die Desert Eagle würde sich losfalten, möchte ich jetzt eigentlich nicht ausrüsten. Besonders dadurch, dass die Pistole dann schallgenämmt ist, ist das natürlich einen großen Vorteil. Dass wir dann besser agieren können. Und am Upgraden. Alles, was wir können, tun wir auch. Und... Bulgen können wir jetzt nicht mehr machen. Abwechslung von... Vier... Äh, nur von acht. Ja, das ist das Ding, das hört man, glaube ich, echt mal auch. Aber der Bogen braucht... Hauptsächlich... Erstmal Leder, beziehungsweise die ganzen Leder braucht das mal. Wie viele Abwechslung sind das erstmal wieder Leder. Ähm... Inventar. Was soll denn das denn? Ach klar, man kann ja auch schon Torso und alles andere so auch noch anpassen, wenn man das möchte. Also ne, man konnte ja stimmen, man konnte ja entweder... Nehmen wir so ein Ganzkörper oder mit Einzelteile. Aber ich bin wieder für Ganzkörper. Äh... Das war's nicht. Das war's hier. Ähm... Ja. Ich würde sagen, damit... Legen wir direkt weiter. Los. Wo wir jetzt auf Wann kommen. Ähm... Hier, da geht's lang. Ah. Holz mitnehmen ist immer gut. Und wir brauchen auch demnächst mal Tiere. Sollten wir auch tun. Warum riegeln wir eigentlich alles ab? Weil Commander Rourke den Bereich halten will. Keiner darf rein oder raus. Das weiß ich, du Klugscheißer. Aber warum? Das übersteigt meine Besoldung. Vielleicht kann uns nachher das Aufklärungsteam etwas mehr sagen. Auch ein ganzer Schlamm verhindert, dass ich besser eher gesehen werde. Aber wenn ich sozusagen normal rumlaufe. Natürlich, wenn ich mich dann dementsprechend irgendwo noch hinbegebe. Bin ich damit eigentlich so gut wie uns, ich glaube. Wie die Jungs. Horvenil, hier ist Commander Rourke. Ist die Abregelung erfolgt? Es ist fast geschafft. Alle Zugangspunkte und die meisten Barrikaden sind fertig. Fast ist nicht gut genug. Sichert den Bereich sofort und sorgt dafür, dass alles dicht ist. Ja, Sir. Darf ich fragen, Sir, was los ist? Aufklärungsteam ist unterwegs. Rogue out. Rambo. Warum ich hab' bei geschalten? Ja, das passt eigentlich, Rambo. So. Dieser Scheiß-Ort. Ich kann uns auch schnappen, weil den sieht keiner. Ja, und schön ist, dass wir looten. Dadurch, dass wir die direkt töten, damit auch looten. Ähm, wir können auch Gold. Und mit Gold kommen wir auch Ressourcen kaufen. Das ist halt auch ziemlich geil eigentlich. So nicht alles immer looten. Also, da müsste man nicht in der Theorie alles looten. In dem Sinne, man könnte es auch kaufen. Okay, echt? Die sind runter und nicht mehr raufgekommen? Sollten wir nicht jemanden schicken, der sie sucht? Rogue war eindeutig. Keine Suche, bis das Aufklärungsteam hier ist. Der letzte Kontakt war vor fast einer Stunde. Der Kommand... Wehe, du bist in ein paar Minuten nicht zurück. Nehmen wir uns hier mal. Ich liebe es, selbst unterwegs zu sein. Es gibt nichts Geala aus meiner Meinung nach. Und sowas liebe ich einfach ein Spielen. Das ist göttlich. Komm mal her. Wie ein Schatten. Ja, da regnet es so an Errungenschaften. Wenn wir so unterwegs sind. Okay, das Gebiet ist abgeriegelt. Jetzt müssen wir auf das Aufklärungsteam warten. Findest du das nicht etwas merkwürdig? Es gab unten ein Problem, aber wir schützen uns gegen eine Bedrohung von oben. Alles wie gewohnt. Falls doch etwas schief laufen sollte, könnte es fast alles sein. Wir kontrollieren auch den Tempel. Ich weiß nicht. Erst hatten wir Alarmstufe gelb in einem bekannten Bereich und jetzt haben wir überall rot. Wir haben auf alles überreagiert, seit dieser Sturm getuppt hat. Jetzt haben sie aber auch genau, wie was gefährlich ist für uns. Weil er nicht so gefährlich ist. Zum Beispiel, der ist aktuell nicht ganz so... Wir müssen da durch. Wir müssen da mal looten. Was ist da unten passiert? Wir sichern den Ort. Offensichtlich glaubt jemand an einen Angriff. Durch was? Da unten ist nichts. Sicher? Wir haben etwas gesucht. Vielleicht haben die es gefunden. Und das war was anderes. Wir müssen da überlegen. Aber der kommt jetzt zu uns, glaube ich. Um uns den zu packen, sind sie ja nur noch zu zweit. Und damit eigentlich keine großen Gegner mehr. So, und ich möchte eigentlich das Stimme runtergegangen. Es gibt viele Gründe, warum ein Kontakt abreißt. Okay, ja. Kann man die irgendwie ablenken? Ja. Ich glaube, ich drehe durch. Er kommt sicher gleich wieder. Wir haben ja beide sogar. Wie mit dem Feuer. Wiederum, ich habe freigeschalten. Finde ich sehr cool. Alles klar. Ja. Ja, kann auch noch ein bisschen rum. Forte. Leben denn die Ölquelle? Untersuchen. So, das Ganze mal. Können wir da runter springen? Ist das Wasser? Nee, ist kein Wasser. Dann springen wir mal auf die andere Seite rüber. Ach genau, man kann es hier noch so abseilen. Das war ja was. Hm. Göttlich. Ich glaube, mit linker Wasser kann man schwingen. Oder mit beiden eigentlich, ne? Ja. Hier hat ein Blutbad stattgefunden. Was ist passiert? Tja. Das ist eine gute Frage. Wir rennen da. Müssen wir aufpassen. Ah, kann man es mitnehmen? Stoff scheinbar. Das sind wahrscheinlich schon alles schöne die Team-Männer, ne? Ja, der Dominius. Ach. Ja, die sind wahrscheinlich das gleiche. Ist das? Ach, keine Ahnung. Ach, keine Ahnung. Vielleicht wird er ja schon paranoid. Aber ich glaube, ein paar Uniden darf ich sein, wenn nicht hier so viele Leichen herumliegen. Und aus irgendeinem Grund, die alle tot sind, warum er durchgelaufen ist. Okay. Alter Schäde. Muss fallen? Ist was eingestürzt? Keine Ahnung. Deswegen sollte man nicht mit als Rambo durchgehen. Ich glaube, wir haben hier auch was. Einige Zahlen. Ich überprüfe das. Deswegen lohnt es dir einfach, ein bisschen mit Köpfen anzugehen. Ähm, und nicht aber das mit hier Rambo-mäßig. Man macht einfach auch was geputtes. Ein altes Gebäude und natürlich sind die Fallen. Die Zahlen auf den Säulen scheinen Anfänge von Daten zu sein. X-Chel ist links, Chuck-Chel ist rechts. Ja. Das ist korrekt. Hier oben haben wir Symbole. Ähm. Jetzt müsst ihr wahrscheinlich wissen, was Chuck-Chel genau die Symbole waren. Aber das kann ich hier rausfinden, indem wir hier drauf gehen. Ähm, die Säule. Das ist alles heute erledigt. Herausforderungen. Da ist die. Es hieß, Nebenmissionen. Warte Fakte. Überlebensguide. Wie kann ich suchen? Nebenmissionen. Warte Fakte. Nee. Egal, probieren wir es mal aus. Wenn wir es hier drehen können. 3, 3. Und nochmal, vielleicht muss ich das alles wirklich gleich drehen, wie das oben ist. Kann natürlich sein. Das probieren wir es aber mal aus. Aber das gleich drehen, wie das, was das obere drauf ist. Interessant. Das können wir jetzt nicht mehr drehen. Da hat sich was ausgeklappt. Geh auch nochmal da rüber. Okay. Jetzt wird es spannender. Figur in der Mitte. Die 1. Das, wie ich das Bild gerade gesehen habe. Also da oben ist 4, die 1 hat 3. Da muss es drunter nochmal einen Ring geben. Ähm. Das drehe ich mal auf diesen anderen Raum. Ich sehe den, der ist ein bisschen eingesperrt, der dritte Ring. Das heißt, den muss man noch einmal weiter drehen. Genau. Auf den hier. Ich würde ihn auch zuvor einfach lösen können. Schauen wir mal, was es hier uns Weg freigibt. Okay. Interessant. Das ist aber ein anderes Rätsel. Das ist ja nicht das gleiche. Aber wie machen kann ich ihn nicht. Was ich jetzt erkennen kann. Die Schnelle. Okay. Dann würde ich jetzt auch hier freigegeben, in der Mitte. Verdammt, das war so klar. Oh ja, oh, 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 oh. So knapp. Okay, okay. Das heißt, wenn das immer korrekt ist, jetzt ist eine Schlange, oh nee, warte, der Schlangenkopf mit dem Menschen, was auch immer das ist. Das ist doch da drüben. Aber ich kann hier nichts, doch, ich kann wieder drehen. Ah, jetzt hat es das nächste Level freigegeben. Verstehe, ich verstehe. Ähm, dann kann ich doch geachtet. Also, einmal die Dreier und drüben nochmal diesen, nochmal andere Richtung. Das ist direkt da drüben. noch eins weiter mit dem ist da ist es. Okay. Wo drücke ich jetzt nur die Frage? Ich drücke mal da vorne nochmal drauf. Jetzt gucken, ob es das passt dann. Ja, es hat den Weg freigegeben. Hier habe ich die nächste Stufe. Ja, genau. Es fährt nochmal eins hoch und damit schalte ich den nächsten Weg frei. Das ist das nochmal das Gleiche. Hier haben wir eine Runde. Da haben wir es. Genau, der kriegt sich selber in Position, wie ich mir dachte. Und drüben haben wir was anderes. Ähm, den Strich einfach nur. Der ist eins weiter drehen. Einfach nur. In Richtung. Hier. Der hier. Und damit können wir wieder eins freischalten. Ich glaube, dann haben wir nur noch ein einziges, oder? Jetzt müssen wir es hier sehen, was wir hier sind. Das war's jetzt. Hey Jonah, geht's voran? Nee, ich dachte, wie ist mir das der Deltflikant? Ich habe hier zwei Daten und X-Chel. Das linke Datum kenne ich irgendwoher. Du kennst das irgendwoher? Hm. Also, wir gucken uns gerade mal ganz kurz hier um. Ich habe extra sowas auch ganz schwer gemacht. Also, wenn ich da jetzt draufdrücke, muss ich viel laufen. Es ist safe, dass es nicht funktioniert. Also, von dem her, ähm, also, hier drin finde ich schon mal nichts. Ich habe extra schwer gemacht, dass halt mir viel erklärt wird, weil Rätseln lösen, das ist halt das, weil man macht es einfach aus und macht am meisten Spaß. Ich will jetzt einfach ganz kurz nochmal hier umgucken. wenn wir hier wirklich nichts vergessen haben. Er zeigt mir nur, dass es fehlt in Theorie da eins. Okay? Ja. Halt ab. Ich werde da gleich mal versuchen, in den Archiven oder in den Büchern nah zu gucken oder was. Da unten hat hier auch keine Info zu den fehlenden. Es ist Dreck. Okay. Ich meine, ich kann ausprobieren, aber da habe ich eine sehr hohe Chance, dass auch viel aber nicht klappt. Aber die Symbole hängen jetzt ja nicht so irgendwo hier oben rum. In der langen Zählung der Maya besteht jedes Datum aus fünf Zahlen. Diese Zahl wurde beschädigt und sieht wie eine 13 aus, ist aber in Wahrheit eine 8. Das macht einen Unterschied von 2000 Jahren und vollkommen andere Positionen der Sternbilder aus. Der Sternweg führt also nach Westen, zu irgendeinem Ort in Peru. Okay. Ich muss es nur genau untersuchen. Die Rückseite. Die letzte Zahl auf der linken Säule ist eine Null. Die letzte Zahl auf der linken Säule ist eine Null. Die letzte Zahl auf der linken Säule müsste eine Null sein. Also nochmal, ist das eine Null? Also macht ja Sinn, dass es eine Null ist. Okay, Jonah. Was ist die letzte Zahl für Chuck Chell? Waagerechte Linie mit zwei Punkten darüber. Sieben, oder? Danke. Boah, das ist ja richtig gut gemacht. Dass die miteinander sprechen, aber dass die durchgehen. Nur mit zwei Punkten. Demo Secret drückt anders. Oder halt, zumindest ein Soundeffekt war da. Aber, ob wir richtig liegen? Naja, das würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bis zu sehen. Wenn euch doch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr unterstützt damit. Und natürlich, dementsprechend, würde ich mich sehr freuen über ein Abo, falls ihr noch auf dem Kanal seid. Bis dann. Ciao. Untertitelung des ZDF,